Auf der A5 am Darmstädter Kreuz Richtung Frankfurt hat es geknallt, aber so richtig. So passiert vor 24 Stunden. Vorbildlich, die meisten bilden mit ihren Autos eine Rettungsgasse. Doch es gibt sie noch, die Unbelehrbaren. Und jetzt kommt sie ins Spiel, Diana Späth, Lkw-Fahrerin. Sie sieht, wie ein Autofahrer mit Vollgas die Rettungsgasse als privaten Schnellweg nutzt. Sie stellt sich quer, doch einer kommt noch durch. Ein paar Minuten später kam dann auch schon der zweite. Das macht ja anscheinend dann die Runde, dass das wohl funktioniert. Der zweite Pkw, der durchgefahren ist. Und ich habe meinen kleinen Sohn noch hier an Bord. Und er weiß auch, was eine Rettungsgasse ist. Und daraufhin habe ich dann den Lkw auf die Mitte gezogen. Und habe den Pkw-Fahrer daran gehindert, dass er eben an mir vorbeikommt. Diana blockiert die Rettungsgasse, damit kein weiterer Privat-Pkw durchfahren kann. Es kommt zum Streitgespräch mit einem anderen Autofahrer. Er hat dann ganz wild gezeigt, so, ich habe keine Zeit. Ich habe dann das Fenster aufgemacht, habe gemeint, ja, wir hier haben auch alle keine Zeit. Er war dann ziemlich böse und wollte mir erklären, warum er keine Zeit hat. Er hätte ein krankes Kind zu Hause. Ja, ich habe dann gemeint, ich habe auch ein krankes Kind zu Hause. Ich bin alleine zehn mit drei Kindern. Diana, die sich auf TikTok Diana Trucker Lady nennt, fährt seit 14 Jahren Lkw. Im Internet zeigt sie auch die Liebe zu ihrem Beruf. Gestern jedoch eskaliert der Streit mit einem weiteren Autofahrer, weil er wegen ihr nicht durch die Rettungsgasse fahren kann. Übrigens illegal. Er hat mich also aufs Übelste beleidigt und beschimpft mit Drecksau und Hure und Schlampe und die ganze Palette, was es eben so gibt. Da habe ich gemeint, gut, okay, es gucken ja genug Leute zu. Ich glaube, er war jetzt nicht so gewohnt, dass eine Frau gegen ihn steht. Bin dann zurück in meinen Lkw, habe die Polizei gerufen. Stichwort Rettungsgasse. Öfter begleitet Meintauer Polizeistreifen bei ihrer Arbeit. Bei damaligen Dreharbeiten bekommen wir es selbst mit. Polizistin Maike Schäfer von der Autobahnpolizei Butzbach fährt mit Signalhorn und Blaulicht. Dennoch macht keiner Platz. Wichtige Minuten, die bei Unfallverletzten fehlen können, weil sich Rettungskräfte durchschlängeln müssen. Zurück zur A5. Während der Hass-Tiraden mit einem streitlustigen Autofahrer hat die 46-jährige Truckerin das Smartphone eingeschaltet. Am anderen Ende die Polizei. Während ich mit der Polizei telefoniert habe, beschimpft nochmal mit, du Drecksau. Und der Polizist meinte dann nur, oh, interessant, wir haben alles auf Band. War dann auch ganz spannend. Ich habe ihm das auch gleich gesagt. Er hat gesagt, hör zu, ist super, wenn du mich jetzt beleidigst. Polizei hört mit, hast du gut gemacht. Daraufhin wurde er aber nicht ruhiger, wurde er noch böser. Irgendwie hat er mir das nicht geglaubt. Die Autobahnpolizei respektiert zwar Dianas Courage, dennoch sagt sie gegenüber Maintauer, lieber das Kennzeichen von Rettungsgassen-Roadies aufschreiben, Fotos oder Videos machen und zur Anzeige bringen. Denn oftmals gibt es noch nachrückende Rettungsfahrzeuge. Zwei Autofahrern droht wegen Nutzung der Rettungsgasse eine saftige Strafe. Beim Unfall wurde keiner schwer verletzt. Und Dianas hat gezeigt, ihr ist so eine Situation nicht egal.